Mein Name ist Denise Schmid, ich komme von Frutigen, vom schönen Berner Oberland und bin 25-Jährig. Abnehmen wollte ich, weil ich mich einfach nicht wohl gefühlt und nicht fit gefühlt habe. Ich habe ungefähr 26 Kilo abgenommen. Geschafft habe ich das ganz sicher auch dank Weight Watchers, dank den Treffen und den Teilnehmern, die mich motiviert haben. Sport und Bewegung waren für mich auch ganz wichtig, und immer noch. Die Zeit vor der Abnahme war vollgepackt mit schönen und lustigen Erlebnissen. Wir wollen Leute einfach nicht mehr kennen und man muss erklären, wer man ist. Ich möchte Member of the Year werden, weil ich habe viel erlebt in diesem Jahr und das würde ich den Prozess einfach schön abrunden. Ich stehe voll hinter diesem Programm Weight Watchers und möchte auf diesem Weg auch andere zu diesem Schritt motivieren. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich sollte gewinnen, dann wählt doch einfach für mich. Merci vielmals. Danke. 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 Danke.